Musik Jo man die Verrückten und herzlich willkommen hier zum 16. Türchen des Minecraft Adventskalenders zusammen mit dem Flash von LPs Hallo und heute bauen wir ohne dass wir es wissen Döner an einen Spaß Wir bauen ein Pottet Achso eine eingepflanzte Pflanze oder was? Pottet plant ey, pottet ey Ich geh lieber nochmal sicher Ich baue dich da gleich, ja das ist da so ungefähr Achso, ja gut, okay Ja das ist eine eingepflanzte Pflanze da Eine eingepflanzte Pflanze? Ja, da nehmen wir doch einfach mal einen kleinen grünen Kaktus ey Der steht draußen am Balkon Okay, da brauchen wir, was brauchen wir denn jetzt mal? Kannst du mir das mal erzählen? Weiß ich nicht, kannst du selber rausfinden? Also eigentlich nicht so Ja gut, dann ist das jetzt nicht mein Problem Also ich bin gerade am überlegen Ja Leute, ja Leute, ja Leute Wie bauen wir das Ganze denn mal hier? Eine eingepottete Pottpflanze da ey Pottwahl, wir bauen Pottwahl, hab ich gehört In der Tat In der Tat, okay Gut So Der Typ, ne ey, der ist so bescheuert Dieser Mensch ey In der Tat Achso, ja Alpecin ey In der Tat, in der Tat ey Mein Gott ey Wie kann man so einen Anna Waffel haben? Und wie kann man sich auch, also Ich meine, ne So Werbung, die hat ja irgendwer sich ausgedacht Wie kann man, erst mal, wie kann man sich So ne Werbung ausdenken Und zweitens, wie kann man dann Wie kann einem das nicht peinlich sein Bei sowas zu Schauspielern Also da muss ja jemand richtig wenig Geld gehabt haben Um bei so einer Scheiße mitzuspielen Ja, manche Werbungen sind echt irgendwie komisch In der Tat Ja, vor allem Alpecin, weißt du Vor allem die Verpackung Wer hat sich das Design ausgedacht Das sieht einfach aus Wie, wie Poliermittel fürs Auto Dieses Haarschampoo Kennst du Weißt du So was ist denn so Verpackung Aber doch kein Haarschampoo Wie, wie Ja Nee, ehrlich ey Ja, manche Werbungen sind halt schon ziemlich komisch Muss man sagen Ja, hart Scheiße Also ich will jetzt nicht rumhaten Aber ich glaube, jeder kennt sie Die, ich sag mal Die Spritwerbung Ähm Ja Die kennt mittlerweile jeder YouTube Zuschauer So nervig, das ist heftig Vor allem dieser Sound Der ist einfach so übertrieben komisch, oder? Oder weiß ich nicht Ich weiß nicht, welchen Sound du gerade meinst Also halt dieses Lied, was da im Hintergrund läuft Dieses Gesaunte da Was die da zusammenballern Ich hab doch schon mal auf Twitter drüber hergezogen Weil ich die Werbung überhaupt gar nicht mag Aber die kommen von deinen Videos auch ziemlich oft drin, ja Als ob ich das jetzt so irgendwie beeinflussen könnte Ja, ja, das machst du eh, ey Du, du klickst so an, so Ehm Spritwerbung bitte posten, ey Kann man ja YouTube-Partnerkräfte, ey Sag ich da nur zu Nein, kann man natürlich nicht, Leute, ey Und da klingelt's mal wieder, ey Okay Zwei Minuten haben wir noch Scheiße, ey Meins sieht einfach aus wie so ne Missgestalt, ehrlich Das ist komplett unförmig einfach Das sieht nicht aus wie ne Pflanze Das sieht aus wie ein Stück Müll Wie ein Stück Scheiße einfach irgendwie Weißt du gar nicht, was ich hier gerade für eine neue Kreation von ner Pflanze mache? Hab ich noch nie so ne Pflanze gesehen Das hab ich auch noch nicht Also ich probiere hier gerade so ein Kaktus zu bauen In so ein Pott halt, ne In so ein Pott halt Ich würde jetzt nicht sagen, dass das aussieht wie ein Kaktus Das sieht ja komplett hässlich aus, was ich hier mache Aber egal Ja, das ist so ungefähr, kann man meins auch Ja, recht gut beschreiben Also das, so würde ich es auch mal beschreiben, komplett hässlich Naja, dann kann man nichts machen Boah, das sieht so scheiße aus, ne Ja Das ist doch keine Ja, jetzt hab ich es nur noch schlimmer gemacht Diesen Unfall Von Pflanze Den Unfall, ey Ja, Alter, wenn du das sehen würdest Ey, dann wüsstest du, warum ich den Das Unfall von Pflanze nenne Ja, Leute Was man mal kurz Vertellen könnte Ja, kurz erzählen könnte Jeder von euch weiß, was Heute für ein Tag ist Heute ist der 16.12. Jahr Heiligabend ist nächste Woche am Feiern Also, nächste Woche ist schon Heiligabend Nächste Woche schon? Ja Nächste Woche am Warte mal, am Donnerstag oder so? Ja, nächste Woche Donnerstag Also, morgen in einer Woche ist schon Heiligabend Man denkt sich, Alter, was ist jetzt denn los? Ey, kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass das so schnell ging Ja, geht aber relativ Scheiße Ähm Schnell Geht aber relativ Scheiße Ist ja gar nicht mehr so lang So, ich mache jetzt noch die größte Kacke hin Also, das wird's richtig interessant Ja, wie man sehen kann Ey Meine Pflanze Schaut sie euch an Es sieht aus Also, das ist die Beste Das beste Masterbilders Dingen der Welt Ja Besser kann man Oh Oh, das ist ja Das ist eigentlich gut Das finde ich voll hübsch Ist gut, ja, ja Also Topmalz Umlängen Also Ist schon mal eingepottet Die Pott da Ey, die Pott sau Ja, kühlt auf jeden Fall klar Ja, kann man mal machen, ne Kann man mal machen, finde ich auch Was ist das hier? Okay, das sieht echt ein bisschen Kumpen Sieht aus wie so ein Wie heißt das? Trichter Ähm Trichter halt Ja, das ist Aber das sollen irgendwie zwei Tulpen sein Ich sag mal Mäh Hab ich auch Mäh 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 Boah, ich wette meins Kriegt mal Das ist doch nicht richtig eingepflanzt Irgendwie Äh, nee, das ist Irgendwie, das ist doch nicht Pott Obwohl, das ist ja Ist ja eine Erde hier drin Also, es ist ja irgendeine Art Eine Art Pott Aber im Pott Im Pott heißt es doch Oh, scheiße Ich hab gar nicht abgestimmt Ich auch nicht Im Pott heißt es doch eigentlich Dass man so ein Blumen Was ist denn das? Ja, nee Mein Eisabliebling Das ist echt Ja, das ist scheiße Ist ein bisschen langweilig Vor allem, das ist einfach So schnell So schnell hingeballert Irgendwie Ja, so ein Keiner Ahnung War, wir wetten Das fliegt jetzt Na, was? Das wird nicht Wenn das nicht fliegt Dann ist meins aber Platz 1 Ja, dann ist meins Platz 2 Was ist das denn? Was ist das denn für eine Pflanze, ey? Bitte? Aus Holz Ja gut, ich glaub Ist, ja doch Ja schon Das könnte so ein Bambus Oder wie auch immer das heißt Ja stimmt schon It's okay, sag ich mal It's okay, aber Was darf ich da bis oben Bin drin, oder? Ich hab vor allem nicht Irgendwie so Mäh Irgendwie Weiß ich nicht Scheiße Jetzt hab ich schon wieder Gar nicht abgeballert Da, ey Was ist denn Das ist doch bestimmt deins, oder? Ja Das sieht aber auch, ey Hä, sieht voll schön aus Muss man sagen It's okay, ja Aber ist jetzt nicht Ist jetzt nicht Fünf Sterne Premium Tulpe da Ach man, ey Muss man sagen, ey Ist nicht die Fünf Sterne Premium Tulpe Aber wie ich direkt wusste Was deins ist, ey Das hier hätte auch deins sein können Aber muss man It's okay It's okay Obwohl, da ist auch wieder Wasser drin Bis oben hin Obwohl, warte mal Warte mal Doch, es gibt aber Pflanzen Die Wasser bis oben hin haben Ja, ich bin kein Erdner Ich weiß es nicht Die keine Erde, sondern Wasser da drin haben Echt? Ja gut, das ist ne Neue Ich glaub so ein Bambusrohr oder sowas Ja Ich bin vierter GG, ey Er hat gewonnen mit seinem Baum? Ja, irgendwie Was auch immer Äh, also ich bin ganz weit hinten Ganz abgeschlagen Meins sah auch ziemlich scheiße aus Muss man sagen Aber ich würd sagen Wenn's euch gefallen hat Die beste Pflanze der Welt Dann lasst doch mal eine positive Bewertung da Ein kurzer Spoiler Ab morgen beginnt Etwas für euch, Leute Seid gespannt Schaut auf jeden Fall vorbei Auf welchem Kanal Weiß ich noch nicht Aber Schaut auf jeden Fall Auch beim Flashen LPs vorbei Und, ähm, ja Wir sehen uns dann morgen wieder Macht's gut Bis dahin Tschüss 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 Vielen Dank.